Moin! In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man eine komplexe Impedanz vermessen kann, wenn man nur ein Strommessgerät zur Verfügung hat. Also, wir haben irgendeine unbekannte Impedanz gegeben. Und aus den vorherigen Videos wissen wir, die können wir durch so eine Parallelersatzschaltung aus, in diesem Fall, Widerstand und Induktivität beschreiben. Sollten wir eine ohmskapazitive Impedanz haben, dann können wir da auch einen Kondensator einfügen. Das zeige ich am Ende des Videos. So, also, wir haben irgendwie eine uns unbekannte Impedanz und jetzt wollen wir ein Ersatzschaltbild aufstellen. Das so aussieht und die beiden Bauelemente des Ersatzschaltbildes bestimmen. Und dafür werden wir jetzt erstmal eine Messschaltung anschließen. Und zwar brauchen wir dafür eine Wechselspannungsquelle und einen uns bekannten ohmschen Widerstand. Na ja, und jetzt heißt die Messmethode 3 Ampermeter Messschaltung, weil wir den Strom an drei unterschiedlichen Stellen in unserer Schaltung messen möchten. Wichtig dabei, wenn wir ein Strommessgerät verwenden, dann kriegen wir nur einen Zahlenwert, also nur den Betrag des Stroms und haben keine Informationen über den Phasenwinkel. Okay, ich führe jetzt nochmal weitere Größen ein, und zwar die Ströme durch unsere zu bestimmenden Ersatzelemente. Und einfach, dass es nochmal ein bisschen klarer wird, unsere ganzen Bauelemente sind hier jetzt ja parallel geschaltet. Wir gehen davon aus, dass unsere Messgeräte als ideal anzusehen sind. Und das bedeutet, dass ich die Spannung auch zum Beispiel hier einzeichnen könnte. Okay, ich werde jetzt mal ein Zeigerbild malen. Da die Spannung überall gleich ist, fange ich mit der mal an. Und dann kann ich doch auch den Strom durch unseren bekannten Widerstand hier einzeichnen. Und den Strom durch den zu bestimmenden Widerstand aus dem Ersatzschaltbild, der wird auch in Phase zur Spannung sein. Und an der Induktivität, da eilt der Strom nach. Den zeichne ich also hier nach unten ein. Und dann sehe ich, dass doch der Strom, der in meine Ersatzschaltung reinfließt, das IRL, ist die Summe aus den beiden Strömen. Und der Strom, der aus meiner Quelle in die Schaltung reinfließt, den kann ich auch einzeichnen. Der ist hier. Und jetzt können wir den Satz von Pythagoras anwenden. Und zwar gleich zweimal. Wir haben hier dieses eine Dreieck rechts und dann das große Dreieck, das den Strom I als Hypotenose hat. Okay, also vom kleinen Dreieck ist das hier unser Satz von Pythagoras von dem großen Dreieck dieses hier. Ich werde jetzt ein paar Umformungsschritte durchführen. Wenn euch das zu schnell geht, solltet ihr das Video zwischendurch mal auf Pause stellen. Oder noch besser, ladet euch das Handout zu diesem Video runter. Schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link zu einer PDF-Datei, wo ihr genau diese Folien hier wiederfindet. So, ich habe jetzt also diese beiden Gleichungen. Und da stelle ich doch fest, ich könnte die obere Gleichung mal nach ILP² umstellen und in die untere einsetzen. Dann sieht das so aus. Und dann werde ich auch nochmal den Klammerausdruck ausmultiplizieren. Das ist ja die erste binomische Formel, die ich dafür brauche. Und dann sieht unsere Gleichung so aus. Okay, und jetzt stelle ich fest, hey cool, das ILP² habe ich da zweimal. Einmal positiv, einmal negativ. Das fliegt also raus. Und in meiner Gleichung ist jetzt nur noch eine unbekannte Größe, nämlich das ILP. Und danach kann ich jetzt auflösen. Und wenn ich jetzt nochmal den ersten Satz von Pythagoras, der da ganz oben steht, anwende, dann kriege ich auch ILP raus. Super, und damit habe ich jetzt diese beiden fiktiven, aber unbekannten Ströme bestimmt. Machen wir mal weiter. Was ich jetzt noch brauche, ist der Spannungsabfall. Und den kriege ich, indem ich einfach das ohmsche Gesetz an meinem bekannten Widerstand anwende. Ja, und jetzt kann ich einfach zweimal das ohmsche Gesetz anwenden an meinen beiden unbekannten Bauteilen. Denn ich kenne jetzt ja den Spannungsabfall und ich kenne die Ströme, die da durchgehen. Damit kriege ich diesen Ausdruck hier raus für meinen unbekannten Parallelwiderstand und diesen Ausdruck hier für meine Parallelimpedanz. Und wenn ich jetzt das LP haben will, bringe ich das Omega mal auf die andere Seite. Ja, und damit bin ich fertig. Jetzt habe ich einfach durch simple Wechselstrommessungen die Elemente von meinem Ersatzschaltbild bestimmt. Gut, jetzt könntet ihr sagen, ja, das war jetzt eine ohmsch-induktive Impedanz. Aber was ist denn, wenn ich eine ohmsch-kapazitive Impedanz an meine Schaltung anschließe? Naja, das geht genauso. Ich zeige euch das mal schnell. Und zwar fange ich wieder an bei meiner Spannung und dann weiß ich, dass die Ströme in den beiden ohmschen Widerständen in Phase sind und der Strom in der Kapazität eilt vor. Und dann kann ich hier wieder zwei Dreiecke aufstellen und ich habe genau dieselbe Situation. Denn wenn ich jetzt den Satz von Pythagoras anwende, dann kriege ich genau dieselben Gleichungen wie vorhin. Das heißt jetzt in der Praxis für euch, ihr bestimmt einfach die Bauelemente. Und wenn ihr dann feststellt, dass euer imaginäres Bauelement, also halt entweder eine Induktivität oder eine Kapazität in der Ersatzschaltung, Wenn das Ding in einem positiven Imaginärteil hat, dann ist es eine Induktivität. Wenn es einen negativen Imaginärteil hat, dann ist es eine Kapazität. Ihr könnt also am Ende euer Ersatzschaltbild anpassen. Die Rechnung ist aber in beiden Fällen gleich. Die Rechnung ist aber in beiden Fällen gleich.